Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Meet&Dive. Dieses Mal waren wir am Wochenende im Brennstopf für einen Kameratest und dabei sind die Aufnahmen so gut geworden, dass ich mich jetzt entschieden habe, daraus doch noch einen Film zusammenzuschneiden. Aber ihr werdet gleich selber sehen, wovon ich rede. Nebenbei noch kurz erwähnt, der Brennstopf ging ein bisschen durch die Medien wegen der angeschlossenen Höhle, die gerade erforscht wird. Nochmal hier der Hinweis, dass es ohne Sondergenehmigung nicht erlaubt ist, in diese Höhle reinzutauchen. Das wird dort auch kontrolliert. Auch wir sind dort kontrolliert worden, was auch meiner Meinung nach richtig ist. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, bevor ihr dahin geht, informiert euch und holt euch gegebenenfalls eine Genehmigung. Also, viel Spaß mit dem Video und dann legen wir mal los. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.